Audi eröffnet in Nürnberg eine Luxusladestation für E-Autos. Audi eröffnet in Nürnberg eine Luxusladestation für E-Autos, wird die Konkurrenz von Mercedes und BMW nachziehen. Der Charging Hub von Audi in Nürnberg ist auf rund 80 Ladevorgänge pro Tag ausgelegt. Audi AG In den Städten mangelt es vielerorts an Ladepunkten. Audi hat mit dem Charging Hub ein neues Ladekonzept entwickelt, das an der Nürnberger Messe seine Premiere feiert. Insgesamt gibt es an dem Pilotstandort sechs Ladeanschlüsse, die aus einem großen Zwischenspeicher gespeist werden. Dieser besteht aus essentiellen Prototypen-Batterien. Die Kunden können die Wartezeit in der luxuriösen Lounge im Oberuhrgericht des Kepos verbringen. Dort kann man sich über die neuesten Audi-Modelle informieren oder sich einen Kaffee genehmigen. Der Service kann auch von Fahren anderer Fabrikate in Anspruch genommen werden. Die Stadt ist seit jeher das ideale Einsatzgebiet für ein E-Auto. Schließlich werden in den Metropolen deutlich kürzere Distanzen zurückgelegt, die auch mit kleinen Lithium-Ionen-Akkus ohne Probleme möglich sind. Da bei ihm zumindest lokal keine Emissionen anfallen, ist der batterieelektrische Antrieb zudem eine Schlüsseltechnologie bei der Luftreinhaltung. Doch eine Sache ist für so manchen E-Auto-Fahrer immer noch ein beinahe tägliches Ärgernis. Da diese mitunter in Stadtwohnungen ohne Tiefgaragenstellplatz wohnen und so unfreiwillig Laternenparker sind, haben sie keine Garantie auf einen Ladezugang. Wenn die noch rar gesäten E-Parkplätze allesamt belegt sind, schaut man als Großstädter mit einem Elektroauto öfter mal in die Röhre. Audi geht bei seinen Ladestationen einen neuen Weg. Audi eröffnet am 23. Dezember in Nürnberg, also unweit vom Ingolstädter Stammsitz, im Rahmen eines Pilotprojekts eine neuartige Ladestation. Der am Messegelände errichtete Charging Hub soll auf lange Sicht dazu beitragen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Damit wollen wir eine flexible und premiumgerechte Schnellladeinfrastruktur im städtischen Raum testen, wird Ralf Hollmich, der Leiter des Projekts, in einer Pressemitteilung zitiert wird. Wir gehen dorthin, wo unsere Kundinnen und Kunden nicht unbedingt morgens mit einem vollgeladenen E-Auto aufwachen, sagt der Odeaner. Das Gebäude bietet insgesamt sechs Ladeplätze und steht auf würfelförmigen Bauelementen, die laut dem Autobauer innerhalb weniger Tage auf- und wieder abgebaut werden können. Der Charging Hub benötigt für den Betrieb lediglich einen 200-KW-Anschluss, da in den Cubes Lithium-Ionen-Batterien verbaut sind, die als insgesamt 2,45 Megawattstunden großer Zwischenspeicher dienen und kontinuierlich geladen werden. Die Riesenbatterie wird auch mit Strom aus den Solarpanels auf dem Dach gespeist. Der Akku des Sportwagens e-tron GT kann an den Ladepunkten in 23 Minuten von 5 auf 80% gebracht werden. Audi AG Batterien aus Prototypen werden wiederverwertet. Audi verwendet hier nach eigenen Angaben ausrangierte Stromspeicher aus der hauseigenen Entwicklungsabteilung. So wird die Batterieproduktion obsolet, bei der nicht nur wichtige Ressourcen, sondern auch sehr viel Energie verbraucht wird. Die E-Autos können am Charging Hub mit einer maximalen Ladeleistung von 320 kW Strom zapfen. Der 200 kW-Anschluss und die zwischengespeicherte Energie soll laut Audi pro Tag für rund 80 E-Auto-Ladungen reichen. Audi-Fahrer, die bereits einen e-tron Charging Service-Vertrag abgeschlossen haben, sollen für 31 Cent pro kWh laden können. Laut dem Autobauer lege der Tarif damit auf dem selben Niveau wie an der heimischen Wallbox. An der Front der E-Autos müssen übrigens nicht unbedingt Vierringe prangen, der Charging Hub kann auch von Fahrern anderer Marken genutzt werden. Die Ladeplätze werden im Voraus über eine App reserviert. Über einen großen Touchscreen kann in der Lounge der Ladestand der Autos überprüft werden. Audi AG 200 m² Lounge mit Terrasse Während man an den meisten Ladesäulen nicht einmal ein Dach über dem Kopf hat und den Witterungsverhältnissen ausgesetzt ist, befindet sich beim Charging Hub oberhalb der Ladeanschlüsse eine 200 m² große Lounge, in der die Fahrer die Wartezeit überbrücken können. Zudem können sich die Nutzer über Audis elektrische Modellpalette informieren, arbeiten oder einfach nur entspannen. Letzteres dürfte in den Sommermonaten vor allem auf der 40 m² großen Terrasse sehr angenehm sein. Die Autos der Kunden werden währenddessen auf Wunsch gesäubert. Für die Verpflegung hat Audi Lebensmittelautomaten aufgestellt, man kann sich die gewünschten Snakes aber auch in die Lounge liefern lassen. Letztere hat 24 Stunden und 7 Tage die Woche geöffnet. Zwischen 10 und 19 Uhr ist Personal anwesend, das sich um die Wünsche der Kundschaft kümmert. Um den Ladestand seines Autos zu checken, muss man die Lounge nicht einmal verlassen. Relativ zentral ist ein großer Touchscreen platziert, auf dem man sich anzeigen lassen kann, wie weit der Vorgang bereits fortgeschritten ist. Für einen kurzen Abstecher in die Stadt kann der Kunde am Charging Hub einen E-Scooter mieten. Zudem stehen dort elektrische Audis für eine Probefahrt bereit. Die Kunden können sich an Lebensmittelautomaten bedienen. Audi AG Experimentierfeld für Premium-Hersteller Man darf gespannt sein, ob sich Audis neuartiges Konzept durchsetzt oder das Ganze für den Hersteller auf Dauer zu kostspielig ist. Wenn es der Charging Hub tatsächlich aus der Pilotphase herausschafft, dürfte das Angebot auch auf andere Städte ausgeweitet werden und die Premium-Konkurrenz mit eigenen Angeboten nachziehen. Stefan Bratzl, der Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach, sieht in dem Konzept auf jeden Fall Potenzial. Das Audi Charging Hub ist ein interessantes Experimentierfeld für Premium-Hersteller, die das Schnellladen mit einem positiven Kundenerlebnis verbinden, meint er auf Anfrage von Business Insider. Mittel- und langfristig könnten solche Hubs auch in Kooperation mit Anbietern von Restaurants, Shopping-Möglichkeiten oder Wellness-Services verknüpft werden. Umgekehrt werden beispielsweise Shopping-Malls oder Restaurants immer häufiger auch Schnellladefunktionen anbieten, gibt der Autoexperte einen Ausblick auf die Zukunft des Konzepts. Auf großen Bildschirmen wird über die Neuheiten aus dem Audi-Kosmos informiert. Audi AG Audi Opens a Luxury Charging Station for Electric Cars in Nuremberg Audi is opening a Luxury Charging Station for Electric Cars in Nuremberg, will the competition for Mercedes and BMW follow suit? Audi's Charging Hub in Nuremberg is designed for around 80 charging processes per day. Audi AG In many places, there is a lack of charging points in cities. With the Charging Hub, Audi has developed a new charging concept that is celebrating its premiere at the Nuremberg Trade Fair. In total, there are six charging ports at the pilot site, which are fed from a large cache. This consists of recycled prototype batteries. Customers can spend the waiting time in the luxurious lounge upstairs. There you can find out about the latest Audi models or have a coffee. The service can also be used by drivers of other makes. The city has always been the ideal area of application for an e-car. After all, significantly shorter distances are covered in the metropolises, which are also possible with small lithium-ion batteries without any problems. Since it produces no emissions, at least locally, the battery electric drive is also a key technology in air pollution control. But one thing is still an almost daily nuisance for some e-car drivers. Since they sometimes live in city apartments without underground parking space and are thus involuntarily lantern parkers, they have no guarantee of charging access. If the still rarely sewn e-parking spaces are all occupied, as a city dweller you often look into the tube with an electric car. On December 23, Audi will open a new charging station in Nuremberg, not far from its headquarters in Ingolstadt, as part of a pilot project. The charging hub built at the exhibition grounds is intended to help eliminate this problem in the long term. With this we want to test a flexible and premium-friendly fast-charging infrastructure in urban areas, Ralph Holmig, the head of the project, is quoted as saying in a press release. We go where our customers don't necessarily wake up in the morning with a fully charged electric car, says the Audi employee. The building offers a total of six charging stations and stands on cube-shaped components, which, according to the car manufacturer, can be set up and dismantled within a few days. The charging hub only requires a 200 kilowatts connection for operation, as lithium-ion batteries are installed in the cubes, which serve as a total of 2.45 megawatt hours of intermediate storage and are continuously charged. The giant battery is also powered by electricity from the solar panels on the roof. The battery of the e-tron GT sports car can be increased from 5 to 80% in 23 minutes at the charging points. Audi AG Batteries from prototypes are recycled. According to its own information, Audi uses discarded power storage systems from its in-house development department. This makes battery production obsolete, which not only consumes important resources, but also a great deal of energy. The e-cars can draw electricity at the charging hub with a maximum charging power of 320 kilowatts. According to Audi, the 200 kilowatts connection and the temporarily stored energy should be enough for around 80 e-car charges per day. Audi drivers who have already concluded an e-tron charging service contract will be able to charge for 31 cents per kilowatt hour. According to the car manufacturer, the tariff would be at the same level as at the domestic wallbox. By the way, for rings do not necessarily have to be emblazoned on the front of the e-cars, the charging hub can also be used by drivers of other brands. The charging stations are reserved in advance via an app. A large touchscreen can be used to check the charge level of the cars in the lounge. Audi AG 200-square-meter lounge with terrace While most charging stations do not even have a roof over your head and are exposed to the weather conditions, the charging hub has a 200-square-meter lounge above the charging ports where drivers can bridge the waiting time. In addition, users can find out about Audi's electric model range, work, or simply relax. The latter should be very pleasant in the summer months, especially on the 40-square-meter terrace. Meanwhile, the customer's cars are cleaned on request. Audi has set up food vending machines for catering, but you can also have the desired snacks delivered to the lounge. The latter is open 24 hours a day, 7 days a week. Between 10 a.m. and 7 p.m., staff is present to take care of the wishes of the clientele. To check the charge level of your car, you don't even have to leave the lounge. Relatively central is a large touchscreen on which you can see how far the process has already progressed. For a short detour into the city, the customer can rent an e-scooter at the charging hub. In addition, electric Audis are available there for a test drive. Customers can help themselves to food vending machines. Audi AG Experimental field for premium manufacturers It will be interesting to see whether Audi's new concept prevails, or whether the whole thing is too expensive for the manufacturer in the long run. If the charging hub actually makes it out of the pilot phase, the offer should also be extended to other cities, and the premium competition will follow suit with its own offers. Stefan Bratzel, director of the Center of Automotive Management in Burgess Gladbach, definitely sees potential in the concept. The Audi charging hub is an interesting field of experimentation for premium manufacturers who combine fast charging with a positive customer experience, he said in response to a request from Business Insider. In the medium and long term, such hubs could also be linked in cooperation with providers of restaurants, shopping opportunities, or wellness services. Conversely, shopping malls or restaurants, for example, will increasingly also offer fast charging functions. The car expert gives an outlook on the future of the concept. Large screens provide information about the innovations from the Audi Cosmos. Audi AG Audi AG